oder das doch scheiße mann oh mein gott ich hab direkt der ecke getroffen ja ja endlich erstes mal debüte ich bin gespannt hier was ich also wenn ich gleich ach du heilige scheisse ach du heilige Heleke Scheiße, was passiert hier? Guckt's euch an! Digger, habt ihr das grad gesehen? Oh nein. Oh nein. Meignan, einmal! Einmal! Gib mir den Zidane. Oh! Oh mein Gott! Oha! Alter! Oha! Was? Oh mein Gott! Noch ein Offensivspieler! Bastards Spiel! Hurensohn Spiel! Das ist schon letztes Jahr mal passiert. Die haben Playerlog weggemacht und nach einem Monat gab's neuen Patch, meinen die, wir haben Playerlog verbessert und haben sich dafür feiern lassen, dass die Playerlog wieder zurückgemacht haben, obwohl die das vorher weggepatcht haben. Digga, guckt euch das mal an! Guckt euch das mal an, was hier passiert. Der hat Playerlog verkackt, dadurch hab ich Tor gemacht. Scheiße! Drecksgelm! Hoffentlich kommen die Bullen und treten hier die Hütte ein und zieh mich hier mit weißen Kitteln raus. Was? Schauen wir mal Ecken-Taktik. Nein! Oh! Oh! Geht auch noch! So, machen wir einen Deal. Erzähl mal Russland! Also, keine Ahnung, aber... Oida, Van Dijk war echt langsam grad. Oh mein Gott, Le... Oh! Oh! What, Capito?! Im Zehn-Münzen-Pack! Digga! Lautrup! Im Zehn-Münzen-Pack! Im Zehn-Münzen-Pack, Digga! Da ist Ronaldo, Jungs! Da ist Ronaldo! Ronaldo, CR7 ist die Ziege! CR7 ist die Ziege! Der war auf Mbappé, by the way. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Was passiert hier? Was passiert da? Jetzt, Leute, bitte, erklär mir jetzt einer, was hier los sein soll. Erklär mir das jetzt einer, was war hier? Ehrenmann. Wer dabei? Also das ist auch schon wieder eine Szene. So einen Doppelfosten habe ich auch echt wirklich noch nie gesehen. Keen wird kommen, etc. Alter, 125 K-Pack und Mülltonne? Let's go! Oh, Klose? Nein, Klose läuft nicht mehr! Klose, was ist passiert? Chat, der hat jemand einen Stock in die Speichen gesteckt. Oder einen Stein in den Weg geschmissen. Was war das denn? Ich war durch. Was zur Hölle war denn das? Patrick! Also, ich sag nichts mehr. Ich halt einfach meine Fresse. Ich sag da nichts mehr zu. Ich sag einfach nichts mehr zu. Ich weiß euch. Das allerletzte Spiel. Noch nie sowas erlebt. Digga, es ist so FIFA-Game. Und der macht ihn jetzt. Tja, dann muss man sich geschlagen geben. Besser. Er ist einfach der Bessere. Come on, gib mir einen Walkout. Immerhin. Boys! We did it! Der Messi! Ja, lol. Was für ein Zufall. Ehre! Immer wieder dein Keeper raus. So eine direkte Ex. Oh, Mann, ey. Hahaha. Ich schieße den Elfer so wie immer. Kannst du noch mal zeigen, ja. Diesen Krieg hat dieses Pad verloren. Aber ich sag euch, das Flicky wieder zusammen mit dem spiele ich bald wieder. Glaubt mir's. Hä? Hä? Ist er besoffen? Ich schieße dir. I just run, 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 I step back, I dribble, I just run, I just run, I just run, I just run and I shoot and I goal. You know, Arno Veyrand, he is so brilliant. Wenn Brasilien Weltmeister wird, kriegst du ein krasses Upgrade. Der spielt wieder den Ball, ne? Die Smartfund, Dirk, den? Nein, CR7 mit dem Weltmanöver des Jahrhunderts, rotes Timefinish, goodbye! Digga, 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 digga. Ich habe so einen Angriff, den mache ich jeden... Eikon! Fast Schimmelkäse! Fast! Astrolaut Jumanji! Junge, jetzt geht es aber ab hier. Erkennt ihr das, wenn ihr so mit eurem Crush geredet habt und ihr so ganz kurz so Augenkontakt hattet? Und dann kriegt man auch voll den Steifen, oder? Oh mein Gott, Alter, was ist mit dem? Ich habe mich gerade voll erschrocken! Mmh! Bis zum nächsten Mal.